Nylonstrümpfe par excellence. Halterlos, schwarz und feucht. Seitdem Ulrike in der Firma arbeitet, hat sie ein Verhältnis mit dem Chef. Dieser liebt ihre aufregend langen Beine, insbesondere, wenn sie in schwarzen, halterlosen Nylonstrümpfen stecken. Schier verrückt macht es ihn, wenn sich dazu der Duft ihrer Lust und ihres Urins gesellt. Dies weiß Ulrike geschickt miteinander zu vereinen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest Du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de